Ja, hallo. Heute sitze ich hier vor einem Bild, das mein alter Kumpel Jochen für mich gemalt hat und das den Titel Erinnerungen eines alten Mannes trägt. Ja, Jochen wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ja, dann werde ich mal ein bisschen was aus meiner Erinnerung vorlesen. Heute gibt es den Text meistens zu spät. Was bringt der Morgen, der gerade erwacht? Ich war geborgen in dunkelster Nacht. Ich habe gewartet, dass die Stunden vergehen. Unendlich traurig, dich nie wiederzusehen. Die Freiheit ruft mich. Ich muss wieder fort. Gott, mich treibt das Leben an einen anderen Ort. Nur der Wind weiß, wohin er mich weht. Sehr oft nach Süden, doch meistens zu spät. Mit jeder Bindung geht Zerstörung einher. Drang zu besitzen, Sehnsucht nach mehr. Angst vorm Alleinsein, sie hält sich fest an einem Menschen, der dich nie mehr verlässt. Bau keine Mauern, sperr dich nicht ein. Genieße die Chance, frei zu sein. Binde dein Herz nicht an ein Leben zu zweit. Ich kann nicht bleiben für ewige Zeit. Warum denn leiden in höllischer Hitze? Ich kann nicht verlieren, was ich gar nicht besitze. Wirklich zu leben, heißt loslassen können und allen anderen die Freiheit zu gönnen. Ich habe keine Richtung und ich suche keinen Sinn. Ich komme nirgendwo her und gehe nirgendwo hin. Nur der Wind weiß, wohin er mich weht. Sehr oft nach Süden, doch meistens zu spät. Gute Nacht.